Morgen, hallo und herzlich willkommen, Matze wieder am Start und ich will gerade mal versuchen Stirrup zu machen, sprich 3 BMCs mit einer Pistole zu erschießen ist alles andere als optimal, weil ich nur PST Munition habe, bessere Munition gibt es nicht, ich habe auch schon im Auktionshaus geguckt, hätte ich Geld ausgegeben dafür, aber ist nichts drin, nur Prapor und der ist aber noch nicht freigeschaltet für diese Munition. Von daher glaube ich nicht, dass das hier glücklich ist. Oh! Der erste dürfte hinüber sein. Fragt man sich, fragt man sich. Was halten die Scaps aus, Alter? Und die Waffe bringe ich aus mir raus. So viel Zeit muss sein. Mk 47 relativ gut erhalten, nur ein bisschen reparieren und dann so eine schöne Waffe. Moin, hallo und herzlich willkommen, Matze wieder am Start und weiter geht's mit Stirrup. Wir haben bisher einen PMC galtgestellt. Und er hatte dann eine wunderschöne Waffe für mich, die habe ich erst mal rausgebracht. Die wollte ich mir unbedingt seifen. Ich habe es schon immer vergessen, die MK 48 oder irgendwas. Ich habe es schon immer vergessen. Und er hat sich selbst erschossen, die Idioten. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind nicht die besten. Ich habe noch PSD-Munition drin. Ich habe noch PSD-Munition drin. Einen brauchen wir noch. Ist auch hier irgendwo. Was wollen das? Okay. Das war's mit Stirrup, Stirrup, bap bap. Hief mich nur Munition. Das war's mit. Das war's mit. Das war's mit. Was haben die immer noch für ein Problem mit Scaps, Alter? Ich bin gar keiner. So, rauswärts. Was? Oh nein, geht schon los. Alter, gar nicht mal so gut die Munition. Muss ich noch irgendjemanden mit einer Schrotflinte umbringen? Au, 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 au. Die warf sieht ja gar nicht mal so gut aus, Alter. Aber okay, Stirrup erledigt. Wunderbar Glück gehabt. Keine Probleme mit den PMCs. Ich habe gedacht schon, ich bin tot. Nachdem ich in der allerersten Runde nur mit Scaps zu tun hatte und da schon einige Kugeln mehr brauchte. Aber gut, bei dem letzten jetzt war es schon eine Weile gedauert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017